Es gibt Neuigkeiten vom Senior Game Designer Danny Lianza und wir schauen einfach mal rein, was es denn so an Neuigkeiten gibt. Also in wenigen Tagen geht es ja schon los mit The Angler Call of the Wild und ja, natürlich bin ich auch mit dabei, sobald es irgendwie möglich ist, geht es rein in die Open World. Ich bin schon wahnsinnig gespannt natürlich, was wir da rausziehen können und aus den letzten News gab es dann halt so ein bisschen mehr Information. Wir haben zum einen eine Übersicht zu den Gewässerstrukturen und wie die Fangspots aufgebaut sind. Und wenn wir uns anschauen, was aus den vorletzten News quasi schon geleakt wurde oder gezeigt wurde, sehen wir eben die Strukturen und der Aufbau, wie und an welchen Stellen quasi diese Fische spawnen können. Das heißt, diese Bereiche sind alle markiert und sind auch namentlich markiert. Das heißt, wir sehen hier einmal den Gelbbarsch, dann haben wir hier die Trout, die Regenbogenforelle oben stehen, Catfish steht hier mit drin, dann haben wir hier nochmal wieder einen Bereich Catfish, also das wohl eher in so kleinen, möglicherweise etwas tiefer gelegenen Bereichen. Dann haben wir hier Bass in Large, eine große, großen Bass und Small steht hier hinten. Also da haben wir schon mal so ein bisschen was zu sehen und da ist ein bisschen zu erahnen natürlich, wie das im Gewässer auch verteilt ist. Das heißt, wir haben so Area oder Spots, die eben sich in etwas größeren Bereichen verteilen. Und dann gibt es aber noch aus den aktuellen News eine gesamte Übersicht. Aus den aktuellen News können wir halt rauslesen, dass es wirklich nochmal wichtig ist, die Gewässer zu lesen. Wie ist die Gewässerstruktur, wie sieht es aus an diesem Spot, wo man sich denkt, Mensch, da könnte doch was fangen. Gibt es Bewegungen an der Oberfläche, fliegen Insekten eher rum. Also das sind alles Einflüsse, die einen erfahrenen Angler dann darauf hinweisen können, Mensch, da wird man doch wahrscheinlich was fangen. Auch soll man tatsächlich Fische direkt im Wasser sehen. Auch das ist quasi so eine Art Angeln auf Sicht. Das heißt, wir sehen da irgendwo etwas rumschwimmen und versuchen es dann auch an dieser Stelle direkt zu fangen. Und dann ist es für uns natürlich wichtig, dass wir zum einen mit dem richtigen Setup da sind, die richtigen Köder verwenden und auch wahrscheinlich die richtige Fangtechnik nutzen. Denn auch der Drill wird dann am Ende eine spezielle Technik erfordern. Die Fischarten haben ihren eigenen Stil abzuhauen. Das heißt, da müssen wir den Drill an die Fischart auch noch anpassen. Schauen wir mal weiter, was heute rauskam. Und das ist dieses hier. Wir haben einmal so eine schöne Übersicht zu dem zuletzt gefangenen Fisch. Das heißt, wir haben auch hier dieses Handbuch eben, wo nochmal weitere Informationen zu den Fischen drinstehen. Das heißt, wenn man mal einfach so ein bisschen rumprobiert, man ist vielleicht nicht der ganz erfahrene Angler, probiert einfach mal in dem Game ein bisschen rum und aus Versehen fängt man dann auch nochmal hier vielleicht so einen coolen Peik, so einen Hecht, dann hat man eben da auch nochmal Informationen zu stehen. Das heißt, welche Würmer bzw. Köder allgemein mag er denn? Neben den Ködern, die gerne verwendet werden oder die gerne gefressen werden, sehen wir auch die Art und Weise, wie der Fisch quasi angreift. Man sieht unten hier drei Markierungen. Ja, natürlich einmal wohl ein recht aggressiver Biss, was man da unten sieht. Man sieht in der Mitte eine Markierung, dass der Fisch wohl aus dem Wasser rausspringt. Und, na, ob er stark ist, ist es ein Anzeichen für die Stärke. Man sieht hier den Fisch, wie er halt nach unten sich runterstürzt. Auch das kann natürlich so ein bisschen so einen Hinweis geben auf die Stärke vielleicht des Fisches. Dann sehen wir hier auch noch die verschiedenen Regionen, wo der Fisch denn dann auftauchen kann. Das heißt, hier beim Hecht zum Beispiel ist es so, dass er einmal in sowohl sehr tiefen als auch in flachen Seebereichen quasi auftauchen kann. Aber dann eben auch steht hier drin, Lake Shore, also in den Uferbereichen eher des Gewässers dann anzutreffen ist. Ja, und des Weiteren haben wir hier jetzt ein bisschen Einblick auch in die Gewichte sozusagen. Best Weight 6,57 Kilo. Goldwertung hier in dem Fall. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Heißt also, so riesig groß ist der jetzt in diesem Fall noch nicht. Ja, jetzt wird es natürlich nochmal richtig interessant, denn wir haben hier oben die Übersicht über die zwölf Fischarten, die es in diesem Gewässer gibt. Zwölf Fischarten, ob da irgendwann noch mehr dazukommen. Hier unten ist ja noch ein bisschen Platz. Oder ob eben an anderen Spots, an anderen Gewässern sozusagen auch noch mehr dazukommt. Hier haben wir zumindest jetzt schon mal ein bisschen eine Übersicht. Ich versuche da nochmal ein bisschen ranzuzoomen. Ja, und hier erkennt man jetzt zumindest schemenhaft ungefähr die verschiedenen Fische, die hier drin sind. Das hier sieht beides ja nach Bassarten aus. Dann ist das hier eher so ein kleiner Sonnenfisch. Das hier dann wohl eher auch der kleine Wels. Dann haben wir hier den Barsch, den Hecht mit drin und hier unten verschiedene Forellen bzw. Lachsarten. Hier hätten wir vielleicht nochmal einen Zander. Ihr könnt ja mal unten drunter schreiben, was ihr glaubt, welche Fische das sind. Ich zoome dann noch auch mal ein wenig rein, dass man das vielleicht ein bisschen besser erkennen kann. Vielleicht einfach mal auf Pause drücken und dann nochmal ein bisschen identifizieren. Ansonsten verlinke ich die Seite ja auch nochmal unten drunter unter dem Video. Ja, das sind die verschiedenen Fischarten im Golden Ridge Reserve. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es sich anfühlen wird, hier an diesen Bereichen rumzurennen, zu suchen und die Fische rauszukurbeln. Wenn du dabei bist, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, denn hier startet mit dem Release eine Riesenserie neuer Videos zu The Angler Call of the Wild. Bis dahin. 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 Bis zum nächsten Mal.